Musik Jo, das Neo Magazin ist für euch unterwegs, heute auf der Christmas Party vor Weihnachten hier im Jugendhaus Höfingen. Musik ist laut, wollen wir mal gucken, was wir alles vorfinden. Jetzt sind die Veranstalter, was erwartet uns denn heute Abend? Eine fette Party. Und was genau habt ihr alles geplant? Na ja, DJ, Musik, Alkohol. Original Hotjobs von Ikea. Von Ikea. Warum sind Sie denn heute hier? Ja, weil ich über die Schule erfahren wollte, dass hier eine schöne Party ist. Okay, und was gefällt Ihnen bis jetzt am besten? Der Glühwein, der ist gut, der ist wirklich gut. Wie viel Glühwein hast du denn schon verkauft? Ich bin noch nicht so lange in der Schicht, also bisher noch nicht so viele, aber kommt noch. Kommt noch, okay. Es geht also noch nicht so viel. Was ist aber die Strategie und noch mehr Glühwein? Die Leute abfüllen. Sehr gut. Seht ihr da Polizial? Geht das noch auf heute Abend? Ja, also ich glaube, drinnen ist schon ordentlich voll. Wenn die nachher Lust haben, ja, dann schon. Ich war schon in Stuttgart, da habe ich schon fünf Intos, also. Wie viel geht es noch heute Abend? Ja, zehn schaffen. Ich habe hier den Luca. Jo, servus. Und den Sila. Servus. Und die beiden sind hier auf dieser super krassen Party und erzähl uns jetzt mal ein bisschen, was Ihnen bisher am besten gefallen hat. Ja, wir kamen jetzt seit fünf Minuten, aber 4,250 geht schon in Ordnung. Am besten ist gratis Getränk bis jetzt. Ach, das ist aber toll. Wie lange habt ihr noch vor zu bleiben? Ja, bis wir rausgeschmissen werden. Cool, dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß dabei. Ja, Dankeschön. Dir auch. Danke. Es ist ein DJ da, der heißt DJ Matze. Ja, was kann man noch fragen? Das ist aber wenig. Das ist wirklich wenig. Was? Wie stark ist der Glüh? Ja, schon stark. Aber das weiß ich ja nicht, weil du trinkst ja nichts. Ja.